Hallo und herzlich willkommen bei Pokeinvestments, eurem YouTube-Kanal für Pokemon Investment-Tipps. Mein Name ist Manuel und heute gibt es mal ein besonderes Video, was ich so noch nicht gemacht habe. Und zwar eins, wo wir uns mal eine Auktion anschauen, die jetzt letztens zu Ende gegangen ist, zu einem Preis von 666 Euro mit 7 Euro Versandkosten. Was schauen wir uns da genau an? Wir schauen uns ein Display an, was gerade Lugia im Vordergrund stehen hat und aus der Sonne und Mond-Ära stammt. Das ist die Ära vor Schwert und Schild. Und Schwert und Schild ist die Ära vor Karmesin und Purpur. Genau, das ist ein 36er Display und ganz, ganz wichtig, es ist auf Deutsch. Echo des Donners heißt es. Und wie gesagt, der Preis von 666 Euro wurde hier in dieser Auktion erreicht. Wenn wir uns mal den Zustand des Displays angucken, dann muss ich sagen, sieht das auf den ersten Blick sehr clean aus. Ja gut, man kann hier an der Seite sagen, vielleicht hier oben ist es nicht ganz clean. Ja, ein paar Gebrauchsspuren sind auf jeden Fall da. Aber ansonsten sieht das doch gut aus. Könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr das bewerten würdet. Ja, ist das für euch very clean, clean, good condition oder very good condition. Auf jeden Fall zählt an dieser Stelle der Preis, 666 Euro. Gut, wenn wir jetzt mal einen Schritt weiter gehen und uns angucken, wann dieses Display auf den Markt kam, dann fällt auf, es war am 2. November 2018, das heißt, bald fünfeinhalb Jahre ist das Ganze her. Ja, und ich finde Lost Thunder so spannend, weil wir, ähnlich wie bei Silber der Sturmwinde, ein Set, was interessanterweise auch im November released wurde, allerdings mit 4 Jahren Unterschied, nämlich 4 Jahre später auf den Markt kam und auch dort wieder sehr, sehr stark Lugia im Vordergrund stehen haben. So, für die Leute, die mit Lost Thunder nichts anfangen können, Silber der Sturmwinde, Silber Tempest auch nicht, wir gehen jetzt hier natürlich auch sehr intensiv darauf ein, was wir für Karten hier drin haben und warum ich gerade das deutsche Display von Silber der Sturmwinde momentan sehr, sehr spannend finde, sowohl Deutsch als auch Englisch, aber jetzt gerade in diesem Video einfach möchte ich über Deutsch auch insbesondere sprechen, aber auch Englisch ist interessant, das möchte ich auch mal ganz kurz hier erwähnt haben. So, wenn wir uns die Einzelkarten angucken, dann bestätigt sich die Aussage, die ich getroffen habe, dass wir hier Lugia mit dabei haben als, ja, teuerste oder mit einer der teuersten Chase-Karten, neben Suikune, Mimikyu haben wir auch noch dabei, eine schöne Full Art mit Lugia GX ist auch noch dabei, eine Waifu und ansonsten hier noch eine zweite, noch eine Mimikyu Full Art. Es ist überschaubar, ja, hier noch Tyranita ist dabei, okay, so, das haben wir uns angeguckt, jetzt gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns mal die Preise von dieser so schönen Rainbow-Karte von Lugia an. Wenn wir uns die Deutsche mal anschauen, Near Mint, hier ist, ja, die Bag in Excellent, das ist ein bisschen schlecht, ganz kleine Macke, sind wir schon bei 155 Euro und, ja, hier auch wieder Excellent auf dem Rücken, 175 Euro ist eine 8,5, also es ist alles schon so, Near Mint kann man schon durchgehen lassen, also wir sind in der Range von, ich würde mal grob sagen, 150, 170 Euro, ja, ob man jetzt hier 85 Euro ansetzen kann, weiß ich nicht, ist schwierig, ne, mit der Bag, die Excellent ist. So, und das finde ich insofern spannend, weil wir, wenn wir auf silberne Sturmwinde gehen, ja, hier das Display und hier mal ganz kurz, damit ihr mal seht, für wie viel das gerade über den Tisch geht, ja, deutsch habt ihr hier die Möglichkeit, ein Display für 127 Euro auf Karte zu kaufen, aber ich hatte ein Video dazu gemacht, da kommt ein Restock, gegebenenfalls habt ihr hier auch nochmal die Chance, günstiger einzusteigen, obwohl 127 Euro auch ein sehr, sehr solider Preis ist, gerade langfristig, wenn man sich mal anschaut, für wie viel dieses Display hier in Deutsch weggegangen ist, ja, mit vier Jahren Vorsprung, äh, ja, das muss man sagen, ähm, aber ich finde, es gibt einen guten Indikator für das Potenzial, was da drin steckt und dann kommt es meiner Meinung nach nicht so stark darauf an, ob man das jetzt für 100, für 110 oder für 127 kauft. Okay, das mal kurz dazu, also wir waren bei den Chase-Karten und da wollte ich hier nochmal kurz dann auch auf silberne Sturmwinde eingehen, hier haben wir auch wieder eine Lugia-Karte, allerdings ein extrem, meiner Meinung nach, stärkeres, oder ein viel stärkeres Artwork dabei, auch die Rayquaza finde ich vom Artwork her viel stärker als jetzt beispielsweise bei den Karten von Lost Thunder, aber das ist am Ende des Tages Geschmackssache, wenn wir uns mal die Preise anschauen, äh, und hier uns angucken, ja, wo steht die Lugia jetzt gerade, dann sieht man auch hier, klar, das muss langfristig jetzt nicht sein, dass es weiter nach oben geht oder weiter nach unten, der Markt macht was, was der Markt macht, aber wir sehen Preise von 141 Euro in Indiment in Deutsch und hier auch für 150. So, diese Karte hat aber auch schon ordentlich nach unten korrigiert, also ich kann mir vorstellen, wenn man mit den Restocks fertig ist und wenn wirklich nichts mehr kommt, dass diese Karte auch langfristig wieder nach oben findet oder weiter nach oben findet, aber das wird sich in der Zukunft herausstellen, aber wir haben hier eine Lugia-Chase-Karte, die sehr, sehr teuer ist, genauso wie bei Last Thunder, beziehungsweise Echo des Donners, ja, die deutschen Namen sind immer sehr speziell, ähm, genau, richtig, und wenn wir kurz nochmal auf die anderen Karten eingehen, die wir hier haben, die auch ein bisschen was wert sind, ne, die Rayquaza haben wir hier, Indiment für 30 Euro, also 29 Euro, dann eine Rainbow, Lugia ist auch hierbei als Vista-Variante und diese kostet 33 Euro. Das sind so die Chase-Karten, aber die absolute Chase-Karte ist natürlich die alternative Lugia-V-Karte. Und genau, das sind so die Potentialkarten und ich finde, Silber eine Sturmwinde zum jetzigen Zeitpunkt, zu dem Preis, den man zahlen muss, für dieses Display, was jetzt halt dann auch bald dann zwei Jahre alt ist, echt richtig, richtig gut und es sollte man sich gut überlegen, gerade auch, wenn man sagt, ja, eigentlich gehe ich immer nur in Englisch rein, auch mal vielleicht Deutsch zu nehmen, weil, ja, und jetzt wird es nochmal wieder richtig spannend, schaut mal hier, Lost Thunder, ne, ich habe es hier wieder aufgerufen, hier nochmal die Karten und wenn ich jetzt auf die Displaypreise, ja, und jetzt nur das Angebot von Cardmarket drauf eingehe, dann sehen wir, dass das englische Display wesentlich günstiger gehandelt wird, als das deutsche. Ja, wir sind hier bei Preisen von 545 Euro, nur mal jetzt verglichen mit dem Preis von 666 Euro, für das deutsche, was hier weggegangen ist, sind circa 18, ich habe es ausgerechnet, von 666 zu 545, eine Reduktion um 18,16 Prozent, um genau zu sein, ja, wenn man jetzt vom Angebot ausgeht und Angebot ist Angebot, das heißt nicht, nicht, dass es für so viel Geld weggeht, ja, weil, wenn man hier mal das deutsche Angebot anschaut, ja, also für 820 hat sich das jetzt auch nicht verkauft, das ist auch nochmal knapp 20 Prozent runter, also die 666 Euro, das muss man dazu sagen, also, ja, sind es vielleicht dann sogar noch mehr Prozente, die das deutsche Display vor dem englischen ist. So, und das weiß man halt jetzt gerade nicht und entsprechend dieser These, die ich mal in den Raum werfe, also, dass man nicht sich hundertprozentig darauf verlassen kann, dass das Englische, das deutsche outperformt, würde ich, gerade wenn der Einstiegspreis solide ist, bis sehr stark, auch mal ein deutsches mit wegpacken. So, einfach auch nochmal, um sich ein bisschen breiter aufzustellen und das hatte ich in einem, ja, schon ein bisschen größeren Stile zuletzt auch bei Strahlende Sterne gemacht, da gab es ja dann nochmal einen Reprint und auch dort wieder sehr, sehr gute Preise für ein sehr starkes Set und genau, das sollte jetzt einfach nur so ein kleiner, ja, Gedenkanstoß sein, Gedenkanstoß, Gedenkanstoß, könnt mir natürlich auch gedenken, dass ich dieses schöne Video für euch gemacht habe und mir das mit einem tollen Kommentar zeigen oder mit einem Like oder beidem, das würde mich sehr freuen, was für eine Überleitung, aber natürlich sollte nur ein Denkanstoß sein. Genau, und jetzt würde ich mal an dieser Stelle sagen, seid ihr dran? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie seht ihr das? Seht ihr dieses Potenzial in silberne Sturmwinde jetzt, ja, bezogen auf einen Zeitraum von sechs Jahren, ja, oder sagen wir fünf Jahren? Glaubt ihr, das kann die 400, 500 Euro knacken? Ich persönlich bin da sehr, sehr bullisch eingestellt und, ja, jetzt bin ich gespannt, was ihr sagt. Ich hoffe, dieses Video oder diese Art des Videos hat euch gefallen und freue mich von euch zu hören. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut und ciao.